Bei der Band Route 70 von Nils Wogramm ist Kakophonie manchmal ein Flirt mit der neuen Musik. Jazz hat viele Gesichter. Zum Abschluss unserer Reihe Fünf Farben Jazz stellen wir Ihnen heute Nils Wogramm vor. Wobram spielt Avantgarde, aber mit einer Ausrüstung aus den 50er Jahren. Der 35-jährige Posaunist, der in Köln und New York studiert hat, hat sehr klare Vorstellungen von seiner Musik und machte auch keine Abstriche. Weder bei seinen Musikern, die aus aller Welt zu ihm nach Berlin kommen, noch ist er den Verlockungen des Marktes oder der Musikindustrie erlegen. Das Tolle ist, sagt er, dass ich bislang noch keinerlei Kompromisse machen musste. Ich muss mich nirgendwo anbiedern. Das ist Jazz. Katja Duregger stellt ihn uns vor. Im Planet Rock Studio in Berlin, auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Rundfunks. Der Posaunist Nils Wogramm spielt mit seiner Band Route 70 eine neue CD ein. Die Räume wurden in den 50er Jahren gebaut. Für Wogramm bieten sie den perfekten technischen Rahmen für sein aktuelles Projekt. Im Sound der 50er Jahre will er Tradition und moderne Spieltechniken miteinander verbinden. Wir wollen alte Broadway-Stücke nehmen und neue Themen darüber schreiben, was eigentlich ein sehr traditioneller Ansatz ist. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne das Ganze auch auf traditionelle Art und Weise aufnehmen will. Und ich habe irgendwie seit Jahren so ein bisschen Forschung betrieben, wie die halt Ende 50er, Anfang 60er Jahre Jazz aufgenommen haben. Mir sind halt viele Sachen aufgefallen, die heute überhaupt nicht mehr gemacht werden und nehmen jetzt dieses Programm auf ganz traditionelle Weise auf. Nämlich mit drei Mikrofonen statt, wie üblich, mit zehn oder 15 für die ganze Band. Und wir können entspannt drauf losspielen, weil wir keine stressige Studiosituation in dem Sinn haben. Wir spielen ja wie live. Als schon früh entdeckter und außergewöhnlich begabter Posaunist war es Nils Wogramm nie genug, sich auf das Spiel allein zu konzentrieren. Ihm ist es wichtig, seine eigene Musik zu schreiben und sie permanent weiterzuentwickeln. Die Orientierung an neuer Musik, an mikrotonalen Strukturen ist für ihn ein natürlicher Teil dieses Prozesses. Wogramm ist ein klassischer Bandleader und Mastermind von Route 70. Er entscheidet über alles. Minutiös organisiert er Aufnahmen und Tourneen. Ja, sogar um Dinge wie das Mittagessen der Band kümmert er sich persönlich. Seine Energie und Konzentrationsfähigkeit sind erstaunlich, auch musikalisch. Nils weiß ganz genau, was er musikalisch will. Ich kann nicht sagen, wo das genau herkommt. Es ist einfach Nils eigener Sound. Bestimmte rhythmische Dinge und seine Art Melodien zu schreiben, die sind wirklich einzigartig. Was cool ist, denn es gibt wirklich nicht viele eigenständige kompositorische Stimmen da draußen. Der neuseeländische Saxophonist Hayden Chisholm und Nils Wogramm komponieren die meisten Stücke. Schlagzeuger Jochen Rückert und der New Yorker Bassist Matt Panman sind die perfekte, gar unerlässliche Ergänzung. Denn nur wenige Musiker sind in der Lage, den musikalischen Vorstellungen der beiden mit solcher Leichtigkeit zu folgen. Route 70, eine internationale Band mit Sitz in Europa. Auch das eine bewusste Entscheidung des Posaunisten. Wenn ich jetzt darauf warten würde, dass mich irgendjemand, der vielleicht bekannter am Anfang meiner Karriere war als ich, in seine Band holt und mich dann bekannt macht, dann kann ich so lange warten, bis ich schwarz werde. Und deswegen bin ich hier sozusagen gezwungen, mein eigenes Ding zu machen, weil wenn ich das nicht mache, dann passiert gar nichts. Und dann komme ich schlecht drauf, weil dann habe ich keine Bands, die auf dem Niveau spielen, auf dem ich die Musik gerne höre. Oder es ist dann wie eine Musik, die nicht unbedingt hundertprozentig meinen Vorlieben oder Ansprüchen entspricht. Hohe Ansprüche, die sich bezahlt machen? Immerhin gilt Wogramm als Berühmtheit in der jungen deutschen Szene. Ich glaube, man muss aufpassen, sozusagen zu große kapitalistische Erwartungen zu haben an die Musikszene. Es ist immer noch bei allem Berühmtheitsgrad sehr schwierig. Aber wenn man es so allgemein sieht, muss man sagen, also wenn es bei mir so läuft wie jetzt, wie schwierig ist es dann für jemanden, der jetzt anfängt? Bei allen Schwierigkeiten. Nils Wogramm spielt heute weltweit auf den Jazzbühnen mit Route 70 und anderen. Das beste Beispiel dafür, dass deutsche Jazzmusiker auch international wieder konkurrenzfähig sind. Hans?